Well, Buenos Dias, Buenos Dias, Arriwa Chihuahua. Marius Ola, hier in Ströckland Manitoba, dort ist Januar der vier Tieren da, 2021. Und dort ist noch Tee dicht, das büt noch dies da. Was immer haben, von der Hälfte hier wird merken, wo das in einem Ströckland Tarpopay. Dort ist ein Pfeiter mit Tartees, ein Schaublehn, ein Fleisch, ein Käse zu machen. Die können so hoch abstupseln, als sie dann wollen, wo man von einer großen Familie gehen hat. Die können kleine Tartees brücken, oder graute Tartees brücken. Ich war von der kleine Brücke, ich bin der Einziger. Und die Käse und ich ehe nicht sehr viel. Aber das war hart. Ich wollte wissen, was wir machen. Und ich habe die gleichen da. Das ist einfach. Und die wurden dann in Mexiko abgeworfen, und vielleicht noch andere Menschen. Und die wissen, was Schaublehn sind. Ist ja in Mexiko. Und dann wird er noch mal beknockt, denke ich, da möchte ich Schaublehn. Der Frühstück, der Mittag, der Unka, Schaublehn, Schaublehn. Und dann noch mal zwischen. Schaublehn. Und das schmeckt vernünftig. Wahrscheinlich. Meine Mama, die stunden da für einen Tee, die schmeckt es ab. Und dann backt die frische Miltertiers. Und dann holt wir Ehe, die Brüten, dann Schaublehn und Fähne, frische Tartees. Ich will er. Das machen wir noch einmal. Bei dem wir haben. Jetzt werden wir hier aufmellen. Mexikanische Strugland Taco Pack. Schau dich gleich noch. Ich weiß nicht, was du machst. Es ist sehr einfach. Okay, dann werde ich hier wissen, was du alles machst. Hier haben wir Witten Tee, Mozzarella. Die kennen ja den Sondentheisesbrugenski. Du hast gemoldet Rindfleisch. Rindfleisch. Karne der Reis Mollida. Hier haben wir Korn Tartillas. Hier haben wir ein halben Teilepel Paprika. Halben Teilepel Comino. Cumin. Und ein halben Teilepel Koriander Pulver. Und wenn du das nicht haben, dann brauchst du bloß Saltenpapier. Du hast ein bisschen. Green Onions. Zippeljöp. 2 Jalapenos. Du hast noch ein Bell Peppers. Ein Klinger Pepershaut. Das wird verdürzt, weil es ein bisschen schmutzig ist. Du hast dann graute Mehl-Tartillas und kleine Mehl-Tartillas. Du hast Saltenpapier. Sie fehlt sich gleich. Hier haben wir dann Schaubeln. Die wollen wir dann rieffreie Beans merken. Die wird die Däufbroten für ein Fien merken. Hier haben wir einen Avocati. Einen Zitron. Hier können wir ein Tau essen. Mit so ein Guacamole. Du hast drei Teeen. Schasnecke. Wenn du möchtest, wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Wenn du möchtest. 2 Nahte Zeppeln. So. Jetzt werden wir mal anfangen, eben zu merken. Dankeschön. Ja, ich wollte wissen, wenn du die Tartillas rausbrotn. Ich kann nicht tauschen, nicht viel Schmalt. Dann kann ich nicht kontrollieren. Ich kann nicht mehr Plot bleiben. Das kann ich vielleicht bieten. Am Haft oder in der Graze oder alles. Das spritzt einfach mal. Aber dann ist das nicht mit einem Stock. Ein bisschen Riechen. Dann kann ich nicht mehr Plot halten. Und jetzt, wenn ich so ein bisschen bebrot sein. Und wenn du dann auch siehst. Dann kann ich nur Plot halten. Ich muss mir nicht alle vorig sagen. Das ist ja noch ein bisschen schön hier. Oh, war. Ich muss nur achten, wenn jemand heute die Fahrt klauen. Einmal ein bisschen Geräusch, die sich Fahrt. Und dann kann ich heute erst dazu fangen. Und dann verkrallt sich ganz. Dann heissen, die Kramme Kringel. Wir wollen hier ein bisschen schmacken, Flote Tartillas. damit wir können Strucklund Taco Pee mitmachen. Nu hat man hier mal einen Tartillas. Wir haben alle Fembrunen Räsch gebrot. Das ist ja sicher. Okay. Das erste was wir wollen. Das ist jetzt das Fleisch zu machen. Die haben wir hier. Wir wollen hier ein paar Lager das Olo-Olo. Und dann werden wir hier. Wir wollen hier auf den Olo-Olo. Jetzt werden wir das. Und wenn wir jetzt alle ein bisschen aufbauen, dann gehen wir an die Zettel. Oh, da kann man sich nicht direkt an der Zettel machen, wenn die Zettel ist, wenn die Zettel ist, wenn die Zettel ist. Okay, dann haben wir das wieder gemacht. Wir haben hier ein Chesnäck. Wir haben hier ein Chesnäck, das ist ein Chesnäck, das ist ein Chesnäck, das ist ein Chesnäck und das andere Peper-Schauen. So, wir haben hier ein Chesnäck und das ist ein Chesnäck. Und dann haben wir das Lippe-Schneckbrot und das Fleisch zu machen und das ist ein Chesnäck. Ratsch ist das. Und wir haben hier ein Polak-Olliv-Oil in den Zettel, wenn wir das in den Zettel haben, dann haben wir drei, vier Minuten. Nachdem wir die Zettel machen, dann schlafen wir drei Minuten. Das nicht alles, sondern wir, wenn wir die Zettel machen wollen. Ich stelle es um die Zettel und dann werden die Zettel machen. Okay, jetzt haben wir den Zettel auf die Zettel, die zwei Minuten oder so. Die Zettel machen. Die Zettel machen. So, das ist es unverlägglich. Jetzt werden die Zettel machen. und dann wird es ein halben Kaffel von der Neu gehalten und dann wird es auch durchsprühen, aber es ist kein guter Tauk. Okay, jetzt wird es ein halben Teilepel komminer hergestellt, ein halben Teilepel Korianderpulver, ein halben Teilepel Paprika und dann ein bisschen Salz, soviel es geht dann bleiben, nicht zu viel. Und dann Papier, ich kann immer groben Papier, dann wird Papier hier soviel es wieder bleiben, soviel es geht dann werden. Und dann wird es nicht hier, aber es geht erst und dann wird es immer wieder. Fängt irgendwie an sein, ihr scheint zu retten, so. Dann scheint. Ja, den Tiet wird, äh, das Flüchtkärten, der wir auf diesen Tiet, ein bisschen fein brüben haben, weil er ein Stückhaft, die sind immer so blaus und so Holzreif. So dann würde ich hier, ein bisschen fein brüben haben, wird zu stark. Dann haben die viel mehr Flavor, Geschmack. Okay, hier haben wir Pinto Schraubeln, und noch ein bisschen Schwarte Schraubeln reichen. Dort sind wir auch noch ein bisschen, das ist von der, Grautemurisch hier der Schmack sind, aber dort sind schwarte Schraubeln. Jetzt werden wir hier, Reefried Beans melken. Dort hier wird der, ich brüden ein, noch ein Mexikon, der brüht eine Grautemur aus Schmack, um diese Reefried Beans melken. Aber wir waren nicht, wir sind halt viel zu starken Fahrt dort auch. So, wir waren bloß die Fähne hinten reichen, die einmal abgekehrt, und dann sind auch Räuter Strockler und Tacklepäe melken. Dankeschön. Okay, da werden wir proben, da hier ein bisschen Strockler und Tacklepäe melken. Hier haben wir die Olo-Oil, den Öl-Schmurz brüben, und Polak, hier bestest du es dir nehmen. Du hast es dort. Und dann nehmen wir, äh, eine Reiche Karte Tees, das schmierst du ein bisschen Schraubeln an. Und dann geben wir das Fleisch nach, das ist ja ein wesentliches Fleisch, da geben wir das dort. und dann auch der fein Kaisnab, das steht, das ist das, das wir jetzt mal sehen. Dann nehmen wir einen Mehlkäs, und dann auch der Schablen, Re-Fritus, Frikolle Re-Fritus, mit so einer solchen Brunnen, eine schöne Schablen, das wir jetzt ernähren. Und dann auch der Fleischnab, das steht. Und dann erst eine große Maltkipp, das steht. Oh ja, und die kennen es so hochmählen, das steht, das steht. Nun waren wir noch einen in der Stadt, nun waren wir in der Karteertes, wo wir da waren mit, wissen die, die kennen bloß mit Mehlkäs, das schafft auch. Das ist ja wohl, oder bloß mit Karteertes, was immer die liegen. Und dann haben wir Fleisch, das steht, das schmacken ab. Und dann leiden wir die Karteertes, dann haben wir Fleisch, und Töse, und die können sie höchst gewählt. Bei einem haben, das war höchst, ich habe das gewählt, das meine Mutti von mir auch. Und wenn die eine Familie haben, wo dann viele Menschen sind, dann nehmen die so eine große Karteertes, das steht, und die von dort. und dann schneiden wir die 2,6 Tee, dann nehmen wir die Bieterrüt, das schmeckt Säureschwein. Nun werden wir das backen, nun werden wir den Ofen abhärten, 375 Grad Fahrenheit, und 19 Grad Celsius. und dann, wenn man dort ist, und das 1,000 Dollar wird die Fähne verschmolten ist, dann werden wir das essen. Dankeschön. Nun haben wir den Ofen abhärten, bei 375 Grad Fahrenheit, und die kann die Blut brauchen, das wir dann wählen. Ich kann hier dann in den Guss, eine Paum. Nun wird es hier nähen, für 15-20 Minuten, bei der Fähne brühen es. Dankeschön. Nun habe ich es gemoldiert. Oh, ja, jetzt ist es, jetzt sind wir bereit, zum Eten. Ströckland, Taco Pea. Ich glaube, es sind bereit, zum Schmacken. Nun seht mal, das Seierschmack. Nun wollen wir eten, wir haben hier Guacamole, ein bisschen Säppeljök, das wollen wir da ein bisschen überstreben. Und dann, wir zertrauen, und nun werden wir eten. Ich hoffe, die gleichen dort. Dankeschön. Na ja, dann werden wir rum und schmacken. Dass ich gerne mal sei, werden wir dankbar sein, Gott erstens gut, Gott sehen kannst. Und, äh, nun werden wir rum und schmacken. Ströckland, Taco Pea. Und, das ich sage, ich kann das abfliehen, das höchste wählen. Und hier stehen die dort zwei, das ist Pea. Und dann, äh, ich kann gerade die Karkiss brücken. Und die würden auch so gut, dass wir einen Ries machen, weil die wollen die Brüder einen Ries machen, das würde ich auch gerne. Und ich brücke hier von der Guacamole, die Brüder einen Ries machen. Und, äh, das ist Süderschmond. Und, äh, das schmeckt sehr schön. Ich kann hier von der Guacamole nicht. So. Mmmmm. Entweder mich heute gehungert, oder das schmeckt sehr schön. Mmmmm. Mmmmm. Wow. So. Entweder dann bloß, mehr Tiers, über, wenn ich dann wieder mal ein Zippel zurückgebe. Über, äh, die reiche Karker-Tiers zu treffen. Also ein bisschen reich, ein bisschen knusprig, schmecken, und lieblich, die Scheine. So. Merk dir auch. Ich glaube, was, äh, Unifamilie ist eigentlich. Mmmmm. Wow. Wow. Bet sie trauen, wer sie trauen bleibt, und ein bisschen überall ist, wo alle weh. Hier ein bisschen, waka-Mole. Wow. Das schmeckt nicht gut genug, aber ich will sagen, schmeckt sehr schön. Oh, ho, ho, ho. Ich hab meine Tante, der würde sich befrieren, und, ähm, der hätte einmal die Städte hätten. Na, der, äh, ich würde befrieren, der würde immer die Städte hätten. Der würde immer die Städte hätten. Oh, bah. Ich kann nicht sagen, wenn du scheint, äh, das dann, weil einer, der, äh, der, äh, der, äh, der, äh, verfehre war. Mmmmm. Möcht gottchen, sehr ne, merk dir doch. Teidig zu fern, brühen, der Buben. Oh. Ich würde es alle ütäten, und, ähm, den, ähm, ein bisschen maler, zu behalten. Immer haben. Das schmeckt. Tickte mal hier, habe ich mir das extra gemerkt, der, wo wir anfrieren. Dann her kann ich es abdeuern, und abwärmen, und habe scheinigt mehr da. Dankschein.